Hey Willkommen wieder zurück bei Star Wars Battlefront 2 Anstatt sage ich mir jetzt davon an, dass ich erstmal weiter spielen mache ich erstmal das hier Weil irgendwie gerade ich sehe, dass sich für den Videos niemand wirklich interessiert Und ja, ähm, ich habe mir aber ganz anders gedacht, weil ich die ganze Zeit nur irgendwie Schlachten gemacht habe Wenn wir heute mal richtige Legends Wettkämpfe durchführen Und ich fange, würde sagen wir fangen als erstes mit Einstieg mit Boba Fett an Da gehe ich einfach schon hell im Gefecht hier Wo... Warte mal, mach ich... ...die ich fliegen würde Endlich So, jetztchen Ja, hier kann man gucken, ob man... Ja, man kann mal ausschrichten Ah... Kommt man Jawoll Nawoll Auch fertig Bögel Bögel ich habe, oh, Mayuda und Gleichmutsmann Mayuda ist Geschichte Ich nehme an, die Nummer 10 geht außer Praktisch. Ja, ich glaube. Oh, von zwei! Entschuldigung, bevor ich weitermache, ich muss mal einen Ton. So, jetzt würde ich sagen, wir machen mal weiter und dann bist du mit Darth Vader. Ähm, nee, ich sage, hier auch, hier auch, hier geht's durch. Ähm, ich habe die Musik mal ausgemacht hier in diesem Spiel, weil die Musik mich immer dazu gehindert hat, dieses Spiel wirklich richtig öffentlich zu verbreiten, weil ich irgendwie die rechtmäßigen Sachen irgendwie verstöße, dass ich die Musik nicht veröffentlichen darf. So, nur, wenn du ein paar darfst. So, äh, und deswegen hat man halt mal die Musik ausgestellt und deswegen dürfte ich jetzt eigentlich ohne Mängel, die das Spiel hier aufnehmen können und auch hochladen können. Ja, du auch noch? Naja, ich hab's nur geschlifft. Und ich dachte mir, zum Reingang, da ich jetzt M2 irgendwie hinkriege, ich darf ein bisschen von ohne Probleme hochladen. Ich dachte, ich mach's auch gleich besonderlich und mach hier jetzt mal Kämpfe. Ich werde die Sache nochmal aufnehmen auf einer anderen Map. Aber da werde ich dann die Guten sein, damit man ja alle Helden mal durchgemacht hat. Und man lässt sich den 34 von 180 und die roten auch 33 von 180. Also ich muss mindestens 180 Punkte machen, damit wir dann gewonnen haben. Punktchen in dem Sinn halt auch, äh, halt wirklich, dass ich Person getötet habe. In der Raumslacht würden dann auch Punkte machen, wenn man was verstört hat und nicht irgendwie einen Raum getötet hat. Und die schwierigste von allen hier ist nicht Judah, nein, da ist die, einer ist die Kura hier. Die nervt mich immer. Nicht, kann nicht blocken. Ja, okay, dann gehen wir mal weiter. Du darfst, oh. Mann, ohne Musik ist es ein bisschen langweilig, aber zum Glück kommt hier noch Geräusche mit den Lichtschwerten und allem möglichen. Kommt mir vor wie bei Omsi, weil einfach kein Sound dabei ist. Aber ich glaube, wenn niemand, äh, streamiert mit Sound, ballert einfach niemand darf. Ich muss mal auf, äh, muss mal beobachten. Ah, mich. Mich aufgestanden nicht. Da dauern Jahre. Ich will nur gucken, wann ich mich so hektisch bewege und mir nichts erkennen kann. Ich bin auf einer meiner Kräfte. Oh je, der ist nicht gut, der ist nicht gut, der ist nicht gut. Na, der kann doch, der Ding, aber jetzt. Oh, wie war es, also macht den. Hä? Nein, nein, aufgestanden. Äh, ich auch wahrscheinlich. So, ich bin zu kribisch. Ich kann alle nicht teuren, weil ich die Arme hat, aber wenn ich einmal drücke, komm, diese, die ich dir. Dann nochmal drücken, komm, sie geht so, beim dritten Mal, komm, die hier. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ihr mal hinsieht, könnt ihr einmal drücken, vielleicht weitergehen. Oder ganz schnell hier. Ah. Meister Yoda. Hallo, Meister Yoda, an die, den Meister fliegt. Boah, kribisch, hat Meister Yoda erledigt. Oh, bin durchdraugetrunken. Oh, ich bin durchdraugetrunken. Ich hab dich nicht, der Kampf verloren. Probieren wir mal Imperator. Mein kleiner, grüner Freund. Angendauert. Du baggst euch hart entnehmen, hier mit seinen Blitzen. Nochmal Yoda. Aber dann hab ich schneller bekriegt. Nein, nicht mal. Die einen Mund, die. Mein Nüter. Oh, Entschuldigung, grüner ich. Nicht grüner ich. Ich möchte... Ich möchte Hand-Lolo. Steht ja gut, oder? Muss man erstmal deutlich werden, hier. Hoch, hoppla. Ja, eine Power. Zwei hab ich noch erledigt. Jetzt kommt Anakin Skywalker. Ja, die haben den Tun reingemacht, den die Bücher hatte. Endes, tut nicht falsch. Aber so würde Anakin, äh, darf er dir eigentlich aussehen, ja. Oh, er hat geblockt. Aber ich blocke nicht, ich greif an. Okay, so geht es aus, wenn man nicht, äh, blockt, sondern nur angreift. Man wird schnell erledigt. Dann nochmal Count, Doku. Eigentlich der selbe Prinzip, wie Imperator, mit Sitz und Dürge macht. Und man wird schnell erledigt. War ich das? Warum bin ich jetzt so schnell erledigt? Mach mal nochmal Jango, den hab ich irgendwie verheillt, ich übersprungen hier. So, jetzt muss ich jetzt meine Motte wieder rausnehmen. Hoppla. Na? Dann fern muss man ein bisschen brennen hier. Nicht fett. Ha! Andi, 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 da rum. Hoho. So läuft euch. Hier kann man ein bisschen die Story verändern. Ab den Lüften. Also mit Jango könnte man wirklich gut davon hier oben, in welchem Kampf, äh, machen aber nicht mehr wirklich mit Jango, weil der hat und ich die kleine Plaster. Ja, der hat mich unerkannt, aber... Immer her damit! Die Feuerwaffe bringt nicht so wirklich viel, auch nicht bei Leuten, wo es Angst... Ich werde in die Enge gebracht mit Jander... Ah! Man hat mich in der Luft abgechochen. Jetzt sag ich mal, wie der Dreh sich läuft mit Boba Fett. Ah, no! Oh, 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 oh! Ja, ich weiß. Ich bin beinahe Merchwindow in die Arme gelaufen. Oh, mächtig hat er mich... Ja, hat er mich geschnappt. Aber ich bin mit Maul... Maul muss ich jetzt ein paar Punkte machen, denn die sind mir wieder mächtig... Voraus. Ach nee, du mir... ...winnig Power. Hallo? Gegner? Irgendwo höre ich Doku. Temma, du lebst noch? Ach, nichts. Tja. War ja einfach. Nein, du Doku. Doku, ich hab' ich mir an den anderen. Oh, nein, 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 du bist kein Doku. Du bist ein Doku. Ach, heilig. Sehr gut. Ich möchte mich beeilen hier. Das kann wirklich lange, wirklich ewig dauern hier. Denk mal dann... Ach, nee, hier, ich hab' ich... Ah, das ist auch ne Möglichkeit. Demo, wir haben sechs mehr. Nein! Ist doch keine gute Möglichkeit. Wer kann ich auch flinken, aber ich glaub, dann... ...so, mit ihm wird jetzt wieder Knaller gelegen. Nein, nicht mich. Ihn musst du. Oh, Biba. Nein. Ich weiß schon wieder, ich glaube... Sag mal, warum block ich immer genau dann, wenn ich Anakin habe? Diese Figur, diese Inspiration von einer Machtkraft sind. Und das, was diese Person macht, das mache ich irgendwie selbst auf. Ich freue mich nicht, ob ihr es könnt. Und wann hat er einen Endpunkt erreicht? Nächster Kut-Emperator ist niemand mehr. Nächster Kut-Emperator ist nicht mehr. Nächster Kut-Emperator ist nicht mehr. Die gehen bei 160. Kanada-chan, immer wieder verliere ich mir den Bösen. Nächster Kut-Emperator ist nicht mehr gelesen. Hier wird alle die Gruppe machen, glaube ich, immer. Und dieser hartnäckige Chewbacca. Mann, so viel auf einem Fleck und ich hab nur Nein, nicht mehr Vielleicht war der komische Bereich von dem Gewege Ähm, ähm, im Konto gut Und die Hand von mir so gut wie gar nicht Vielleicht krieg ich jetzt weiß, mein Becher hin Zufälligkeit hergelegt Die von wieder Wie konnte ich hier das Lichtwetter fangen? Oh, nee Da gibt's Taktiken Da kann man irgendwie die Taktik erarbeiten Die brauchen noch 20 und die brauchen nur noch 3 Kann das scheinen hier wieder Hallo? Ach, da geht gar nicht mehr in die Map, oder? Da war die Grenze Doch, nee, oder? Ich verliere immer mit den Böken Ich mach nochmal ein Video Das nächste Mal, irgendwie in 2 Wochen oder so was Oder 3 Wochen Und da werde ich dann umgekehrt das machen Ähm, weil ich jetzt meine persönliche Test-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Taste Tschau! Taktik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-Tastik-T